So Freunde, da sind wir auch schon wieder. Wir machen jetzt mal, wir gucken mal, was wir jetzt noch bauen müssen, damit wir auf jeden Fall die ganzen Zuschüsse und alles noch bekommen. Drei Angestellte sind erschöpft. Wir hatten jetzt einen Personalraum, immer noch nicht gebaut. Oder doch? Doch, haben wir hier gemacht. Nur fehlt hier tatsächlich gerade irgendwie, ähm, Strom. Das ist natürlich langweilig. Vor allem, das Strom kommt doch eigentlich direkt von hier. Also wo liegen das Problem? Wenn wir das genau so machen, das sind ja nur zwei Lampen, ne? Das Radio, das kriegt wahrscheinlich so Strom, hoffe ich mal. Achso, die müssen immer warten, um sich auszuruhen. Die müssen immer warten, bevor sie sich ausruhen können. Oh, dann würde ich sagen, dass wir das vom Büro aus machen, direkt. Also, dass wir hier die zwei weg machen und die hier drüber ziehen. Ja, ich glaube, das macht mehr Sinn. Also, wir ziehen jetzt hier einen Zaun neu. Das muss als erstes passieren. Und dann reißen wir die zwei Zäune ab. So, und dann, äh, Machen wir eine neue Tür. Am besten dann hier hin. Und den den Sofa den Sofa reißen wir ab. So, müsste passen. Gut. In unserem eigenen Gefängnis im nächsten werde ich das vermutlich so machen, dass man definitiv sieht, äh, dass das passt alles auch, ne? Also, einen großen Bereich für Büros und auch zusätzlichen Personalraum, dass die sich direkt ausruhen können. Und, so. Ruhen sich aus. Das ist alles in Ordnung. Ja, äh, Geld. Zuschüsse. Sicherheitsstandard. Sicherheitschef. Zehn Wachen über die Bürokratie Patrouillium frei. Ja, das machen wir auf jeden Fall mal. Denn den Sicherheitschef, den können wir einstellen. Der hat nämlich dann auch direkt sein Büro. Und, dann müssen wir jetzt nur noch, was ist mit denen los? Sind in ihren Zellen oder in Einzelhaft eingesperrt? Ja, es ist ja auch Schlafenszeit. Seid ihr bescheuert oder was? Wurden kürzlich Grundsucht. Okay, fünf Strafen wurden kürzlich verhängt. Abschreckung, ja. Breitschaftspolizisten sind vor Ort. Jop. Okay. So, dann wollen wir mal gucken. Einsatz soll jetzt auf jeden Fall freigeschaltet werden und Patrouillien. Gut. So, perfekt. Einsatz. Jetzt können wir nämlich die Wachen in die Zellen, also hier einweisen, wo sie auf jeden Fall langlaufen sollen. Verwahrungszelle. Kantine, Krankenstation. Hier sollten wir vielleicht zwei machen und Patrouillien kommen gleich noch, wenn das frei ist. Machen wir dann auf jeden Fall auf den Hof Patrouillien. So, perfekt. Und zwar geht das Ganze einmal hier lang. so, zack und zack. Dann halt drei. So. Perfekt. Dann haben wir das auf jeden Fall schon mal fertig. Jetzt sollte das Ganze auch ein bisschen besser sein, weil die Polizisten sind jetzt immer, also die Wachen sind jetzt immer dort eingeteilt, wo ich sie eingeteilt habe. Das heißt, normalerweise sehen wir dann jetzt die Räume auch immer. Das heißt, die Bereitschaftspolizei, ja, es ist eine gute Frage. Im Grunde können wir die, ja, es ist jetzt ja eigentlich sicher genug soweit. Ich würde die sonst erst mal auf jeden Fall einige, müssen wir mal kurz gucken. Ah, nicht alle. So, einen tun wir hier hin, einer kommt da rein, einer kommt hier rein, der kommt in die Dusche, der kommt in den Gemeinschaftsraum. Ne, das war der falsche. Egal, passt schon. Können wir den in die Küche stellen. Krankenstation. Passt, das sieht gut aus. So, was haben wir denn jetzt noch an Personal, was wir noch einstellen müssten? Haben wir alles soweit, ne? Ärzte haben wir genug, Betten haben wir genug, keiner ist krank, wir bauen einen neuen Zellenblock, das sieht gut aus. Das ist eine gute Idee, eher gesagt, weil dann kann der Zaun hier weg, ja? Und dann wollen wir mal schauen, ob wir dafür noch einen Zuschuss bekommen. Äh, schicken sie zwei Hundeführer, ne, Hunde brauchen wir erstmal nicht. Zellenblock B, ja, steigen sie ihre Häftlingskapazität auf 50. Das kriegen wir hin. Okay, dann würde ich sagen, bauen wir doch mal. Und zwar, erstmal ganz normales Fundament, bis hier. und das bauen wir dann auch noch. So, perfekt. Zugang benötigt. Ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Von draußen kommen sie auf jeden Fall erstmal rein, das heißt, wir machen das so, hier kommt erstmal eine normale Tür rein, so wie auch hier. Ne, hier nicht. Ach, das ist das Problem immer. Da will man nur die Tür weg machen und schon hat man ein Problem neu. Ach, hier bauen sie sogar noch. Ja, okay, dann sollen sie erstmal bauen. So, reinkommen tun sie ja trotzdem. Dann bauen wir jetzt einmal einen Zaun noch hier. Dann kann das von der Planung her weg hier. bauen wir jetzt hier den Zaun noch hin. Und dann kann der Zaun theoretisch, ja, hier komplett weg. So, perfekt. Entspannt euch, ja. Nix da, nix da, Kollege. Nur weil ihr die Ausbrüche versucht, ich finde das lustig, ja, er versucht auszubrechen, obwohl es nicht mal möglich ist, jetzt mehr auszubrechen. Oh, geht's halt, Einer hat versucht auszubrechen. Es ist ja nicht mal einer ausgebrochen. Haben die ja nicht mal geschafft. Er hat's versucht, aber es ist ja nicht mal, also ich finde es lustig, ja, nur weil es möglich ist auszubrechen, gehen die ganzen Leute da raus oder was? Sind die bescheuert oder was? Meine Güte. Auf jeden Fall ist irgendwas jetzt hier gerade nicht mehr fertig geworden, was fertig werden sollte. Ah, das machen die jetzt automatisch, glaube ich. Ja, das ist gut. So, Objekte. Ich finde es doof, dass man hier nicht scrollen kann. So, schauen wir mal über die Versorgung. Ja. Da brauchen wir auf jeden Fall Strom und ich sehe hier gerade, der ist schon ziemlich auf Auslast. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall bald neue Kondensatoren. Äh, ja, gucken wir mal, wie das jetzt passt, was passiert, ob der jetzt durchdreht da. müssen wir gleich mal schauen. Ich hoffe natürlich nicht. So. Im Grunde haben wir ja schon mal die, das Fundament gebaut. Dann würde ich jetzt auf jeden Fall, äh, ja, das ist jetzt eine gute Frage. Ich würde hier tatsächlich vielleicht Luxuszellen bauen, tatsächlich. Aber direkt so Luxus, das ist ja so richtig Luxus dann, ne? Eine verbesserte Zelle. Ja. Ja, okay, komm. Die bauen wir hier hin. Oh, das passt sogar perfekt. Also vier Luxus, vier verbesserte Zellen, ja, in dem Zellenblock dann. Und dann kommen hier jetzt erstmal wieder noch einfache Zellen hin. Oh, perfekt. Aber vielleicht sollte ich die noch nicht bauen, hier die Zelle. Aber ich glaube, das ist jetzt zu spät. Wir schauen mal. Dann sollte ich die Tür vielleicht hier hin bauen erstmal. Ja, wobei eine reicht. Und die eine Tür dann abreißen. Damit die hier nicht mehr durchgehen. Ach ja, er baut schon die Ziegelwand. Perfekt. So. Baut euch die Tür da rein, dann kommt ihr da auch wieder durch. Ne, passt noch. Er blinkt aber schon. Wir werden es sehen. Wir werden tatsächlich sehen, was passiert. Wir müssen auf jeden Fall eine neue Versorgung noch anschließen jetzt hier. Wir haben ja hier schon, ne, ein großes Rohr haben wir noch nicht. Das ist nicht so schlimm. Aber wir haben im Grunde ja hier perfekt. Da gehen wir hier vom Wasser nochmal durch. Oder? Ne, Moment. Wir machen das mal anders. Tatsächlich würde ich sagen, machen wir das so. Dann auf jeden Fall hier Rohr und hier Rohr. So, hier. Ich weiß halt nicht, wie weit das geht, ob das überhaupt so funktioniert. Das werden wir dann gleich sehen. So. Die sind schon in den Zellen drin. Verdammt. Das ist blöd. Eigentlich sollten die hier noch gar nicht rein. Vor allem, weil sie auch ausbrechen könnten. Wir schauen erstmal, dass wir auf jeden Fall die Tür gleich weg machen hier. Da bauen wir ja eine Ziegelwand dann hin. Ja, das habe ich mir nämlich gedacht, dass sie jetzt ausbrechen da. Ja. Ein Scheiß, wa? Ein Scheiß, doch. Okay, die sind weg. Hier wird durchsucht, weil der versucht hat, auszubrechen. Gut, hier kommt man rein. Ne, und die haben wohl... Ja, das fehlt... Funktioniert nicht anscheinend. Da kommt zu wenig Wasser durch. Okay, das ist nicht schlimm. Wir reißen was ab. Dann kommen hier nochmal neue Rohre. Da kommt noch einer hin. Der und der kommt aber weg. So. Das müsste passen dann. Ach so, die brauchen ja auch noch jetzt... Ach, verdammt. Wegen der Dusche. So. Ach, das war die Ärztin. Ich habe mich schon gerade gewundert. So, die bauen jetzt noch. Duschen funktioniert ja dann auch. Okay. Ja, hier haben wir jetzt keine Dusche momentan. Was ist mit der Toilette? Ja, okay. Ja, das ist immer so eine Sache. Irgendwie manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Deswegen baue ich meistens immer gerne noch ein nebendran. Aber wenn das jetzt so geht, dann kann man es ja natürlich auch so lassen. Wobei... Ah doch. Wir lassen es einfach mal so. Dann gucken wir gleich mal. Okay. Wir haben... Wir müssen ja mal zählen jetzt. 2, 4, 6, 8... Also 15 können wir auf jeden Fall neu einliefern jetzt. Also erhöhen auf jeden Fall. So. Bereit für Bewährung. Ja. Können sie ja dann machen. Warten auf Besuch. Sind erschöpft. Warten auf Einzelhaft. Sollte jetzt demnächst bald funktionieren. 100 Insassen. Kontostand 60.000. Steigern sie ihre Häftlingskapazität. 94%. Das heißt, wir brauchen noch mehr Zellen. Wir sind fast mit den Zellen auf 100% gekommen, aber nicht ganz. Äh... Dann müssen wir doch noch mal schauen, ob ich hier vielleicht noch Gemeinschaftszellen baue. Ja. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ach, die sind so groß. Die sind ja richtig groß. Ei, 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 ei. Dann tatsächlich baue ich das, glaube ich, äh... Verdammt. Ich finde, die Wand hier regt ein bisschen auf irgendwie. Die hätte ein bisschen größer sein können. Vielleicht kriegen wir es hin, wenn ich das jetzt einfach so baue. So würde ich das jetzt bauen, theoretisch. Dann hier noch Wände ziehen. Die kommen dann weg. Moment. Da habe ich jetzt was verplant. Ah, nee. Verdammt. Wie kann ich das jetzt wegmachen? Ah, so. Perfekt. Das ist richtig. Das ist richtig. Das ist falsch. Äh... Bei der verbesserten Zelle, also Gemeinschaftszelle, müssen wir das Ganze so machen, weil so bringt das nichts. Wir haben ja nur eine Mauer. Dann passt das besser. Und dann haben wir hier die zweite. So. Das heißt, wir haben dann nicht hier eine Wand, sondern hier und hier. Das macht er sogar schon. Und dann reißen wir hier noch die Wände ab. Die kommt auch noch weg. Und dann warten wir jetzt erstmal, wie das aussieht. Auch hier habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Ja. Theoretisch habe ich überall jetzt einen Fehler gemacht. Mach die jetzt doch noch mal weg. So. Die Wände müssen wahrscheinlich gleich noch mal eh umgebaut werden. Also wir machen es jetzt noch mal ganz in Ruhe. Eine Gemeinschaftszelle hier mit der Mauer zusammen. Ja, ihr seht, ich hatte es so gebaut oder sogar so. Nee, so, genau. Zack. 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 Und Zack. Jetzt haben wir es richtig. Jetzt können sie anfangen zu bauen. Schaue ich gleich mal, wie das Ganze aussieht. Weil das muss ja hier planiert werden, glaube ich. Da kommt eine Wand hin. Und die Wand kommt hier weg. Das kommt auch weg. Das kommt weg. Die Tür kommt weg. Die Tür kommt weg. Perfekt. Das sieht doch schon ziemlich gut aus. So. Also wir haben auf jeden Fall den Zuschuss gekriegt. Und das verschönern wir hier gleich noch auf jeden Fall. Wir gucken mal, wie wir das machen. Brauchen wir hier mal überall... Es geht nicht. Das ist für draußen. Mosaikfliesen. Mosaikfliesen. So, was haben wir denn hier? Das ist ja draußen, ne? Deswegen wahrscheinlich. Das heißt, hier muss eigentlich noch Fundament hin und hier... das passt. Perfekt. wenn wir alles mal ein bisschen verschönern so ok die Zellen können eigentlich so bleiben so ok ja dann wird auf jeden Fall mal der Boden ein bisschen verschönert hier überall so wie sieht's mit dem Personal aus? köche passen eigentlich so Hausmeister auch noch 3 ok so bauen sie ein Gefängnis das ist im Grunde die Hauptaufgabe ne? mindestens 100 Insassen ja haben wir auf jeden Fall jetzt erreicht denke ich mal also wir können jetzt glaube ich auf jeden Fall mehr Leute aufnehmen so kann keiner Zelle zugeteilt werden also im Grunde müssten die jetzt eigentlich hier alle hinkommen und auch hier die Gemeinschaftszellen funktionieren ja jetzt auch nur ist da noch kein Licht das können wir ja machen das ist ja kein Problem so brauchen wir nicht hier hier ist okay so Verwahrungszelle könnten wir sonst auch mal den Boden noch ein bisschen erneuern machen wir so Betonboden geht nicht und dann wird das ja oh ja jetzt ist vorbei so so passt Lüft ja das ist okay Dusche ist auch okay sieht doch auf jeden Fall alles mal schon mal viel netter aus ja und hier haben wir jetzt Wasserprobleme wieso was ist jetzt los was ist denn jetzt passiert selbst hier reicht das nicht aus oder wie was ist denn jetzt passiert hat nur ein bisschen gedauert hat nur ein bisschen gedauert anscheinend so es wird hell es kommt noch ein bisschen gedauert wir haben hier überall Häftlinge drinnen hier noch nicht hier sind auch überall Häftlinge drinnen ja Verwahrungszelle ein bisschen Platz haben wir aber noch also 10 Häftlinge kommen noch ja das sollte eigentlich gehen schauen wir mal hier haben wir keinen Strom ne stimmt da fehlt noch eine ein Kabel schauen wir mal jetzt hier ob alles in Ordnung ist hier geht auf jeden Fall alles das ist gut ja ne passt geht alles mir fehlt eine Wache hier in der Dusche ja passt ne ich würde sagen alle sind irgendwo aufgeteilt ich glaube wir haben für 60 Häftlinge zu wenig Küche kann das sein wir brauchen wahrscheinlich noch eine Küche oder eher gesagt eine größere Küche ja wir erweitern das ganz normal wir erweitern das 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 Perfekt So So Gibt es mal eine Grunderneuerung hier, würde ich sagen So 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 Kommen wir gleich mal. Weil dann kann ich eigentlich auch mehr Köche einstellen noch. Ich weiß gar nicht, warum man da hinten hoch geht. Äh, so. Zuschüsse. Nope. Nope. Brauchen wir erstmal noch nicht. Lassen Sie mindestens fünf wachen ohne zugeteilte Aufgaben. Äh. Okay, das heißt wir brauchen im Grunde ein bisschen mehr Wachen. Was ist da los? Die sind die bescheuert oder was? Schlägerei. Weil die nicht essen dürfen oder was? Ja, der kann da bleiben. Aber ich vermute mal, wir brauchen mehr, größeren Raum für die Kantine, kann das sein. Äh. So, die können sonst erstmal wieder weg. Und die sind ja noch am bauen hier, hoffe ich. Nicht komplett. Oder wird der Boden hier nicht mehr gebaut? Wieso wird denn der Boden nicht gebaut? Oder hatte ich kein Geld? Aber Versorgung? Ne, Versorgung fehlt ja hier auch noch, stimmt ja. So. Okay. 29 warten auf Einzelhaft. Okay, aber so viele sind jetzt auch nicht, also eigentlich passt das noch. Verstehe das gerade gar nicht. Sonst reiße ich hier eine Zelle ab und mache halt hier nochmal einen Zellenblock hin. Einzelhaft. Das heißt, solche Gemeinschaftszellen hier zählen nicht als Einzelhaft, ne? Also die wollen einfach eine Einzelzelle. Jeder will sein Reich selber haben anscheinend. Kann man natürlich machen. Dafür bräuchte ich aber dann auf jeden Fall mehr Platz. Definitiv, würde ich sagen. Ein Häftling kann keiner Zelle zugeurteilt werden. Gar nicht? Ich meine, wir haben, guck mal, wie viel Platz sie hier haben. Ich meine, hier können so viele Leute schlafen. Überall. Sollen sich halt ein paar Leute hier noch reinpacken. Hm. Aber es läuft. Hier läuft irgendwas nicht. Der Springler funktioniert nicht. Ah. So. Dann funktioniert auf jeden Fall. Okay, Freunde. Ich würde sagen, wir gucken mal in der nächsten Folge, dass wir eventuell mehr Zellen noch bauen. Wir haben jetzt zwei Zellenblöcke, die irgendwie nicht komplett belegt sind. Aber gut, die laufen jetzt ja auch hier wieder überall ein bisschen rum. Normalerweise, äh, gut, ein Häftling trifft jetzt ein. Bereit für Bewährung. Ja, ich weiß halt nicht, wie das funktioniert mit der Bewährung. Die sind zwar bereit, aber irgendwie sitzt da nie jemand. Vielleicht gibt es ja Programme für Bewährung. Bewährungsanhörung. Da. 19 in Warteschlange. Von 6 bis 10. Das sieht doch gut aus. Keine Ahnung, was das heißen soll hier. Aber auf jeden Fall weiß ich hier die Zeit von 6 bis 10. Bei der Tagesordnung. 6 bis 10. Okay. Ja, Bewährung. Safer haben wir ja im Grunde, denke ich mal. 19 sind in Warteschlange. Ja, das passt eigentlich. Ich weiß gar nicht, warum der immer hier hingeht. Aber ich denke mal, dass dann auch hier der Tisch jetzt genutzt wird. Dann machen wir das doch mal anders. Äh. So. Bewährung. Vergrößern wir mal ein bisschen. Und dann machen wir einfach mehrere Tische. Ja, passt. Wenn wir den nochmal abreißen sonst. Wobei, ne, wir machen es einfach anders. Wir machen es so. Sieht ein bisschen schöner aus. Ja, und dann sollte das eigentlich auch gehen. Gut, Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Dann schauen wir mal, was wir machen.